Herzlich Willkommen beim mobilen Coaching der Oskar-Kämmer-Schule in Seelzen. Was Sie in unserem mobilen Coaching erwartet und welche Unterstützung Sie von uns bekommen können, das möchten wir Ihnen gerne einmal zeigen. Kommen Sie gerne mit! Vorrangig unterstützen wir Sie bei der Verbesserung Ihrer aktuellen Lebenssituation und der Beseitigung von Sorgen und Problemen. Wir helfen Ihnen bei gesundheitlichen Fragen, beim Umgang mit finanziellen Problemen und Schulden, bei der Suche nach zusätzlicher Unterstützung durch Ärzte oder Beratungsstellen, beim Bearbeiten von Anträgen, von Briefen oder weiteren ganz eigenen Themen, die Sie gerade beschäftigen. Die Dauer Ihrer Teilnahme liegt zwischen zwei und sechs Monaten und wird mit Ihrer Ansprechperson beim Jobcenter vereinbart. Das Coaching findet mit zwei Terminen pro Woche und zwölf Stunden im Monat statt. Unterstützt werden Sie dabei für die Dauer Ihrer Teilnahme von einer festen Ansprechperson. Hierfür stehen Ihnen unsere erfahrenen Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen zur Verfügung. Natürlich unterstützen wir Sie bei Bedarf auch bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, bei der beruflichen Orientierung und bei der Suche nach Arbeits-, Praktikums- oder Ausbildungsplätzen. Wo die Termine stattfinden, können wir individuell besprechen. Hierfür stehen Ihnen selbstverständlich unsere Räumlichkeiten zur Verfügung oder wir treffen uns irgendwo anders. Zusätzlich können auf freiwilliger Basis auch Gruppenangebote wahrgenommen werden. Uns steht auch ein Helpcare zur Verfügung, mit dem wir Sie zu Terminen begleiten können, wenn Sie sich das wünschen.